In der Stadt gefahren, waren gepackt und dann, bevor wir losgefahren sind, schon die ersten ein oder zwei Pelle gefressen. Ich war voll auf Sendung, als ich da angekommen bin, mit diesem Schuppen, alles ganz bunt gemacht. Und die Mucke da drin, also ich hatte vorhin mit dieser Musik überhaupt nichts zu tun. Aber als ich auf Sendung reingekommen bin, bin reingekommen auf die Partie und hab gedacht, das geht ja gar nicht. Voll abgefeilt, ich hab das erste Mal in meinem Leben getanzt, wie ein Behindertag. Ich habe das erste Mal in meinem Leben getanzt. Also ehrlich, es ging überhaupt gar nicht, ich bin voll durchgeregt. So, ich hab ja auch die ganze Zeit noch weitergegangen. Ich wusste zwar nicht, wohin mit mir so, voll unter Strom gespannen, Haare gespannen erst einmal, aber irgendwie konnte ich das Gefühl ja doch feiern. Ich hab ja auch die ganze Zeit noch바in, Haare gespannen, Haare gespannen, Haare gespannen. So, ich bin der Fall von einer, Haare gespannen, Haare gespannen, Haare gespannen. Ich hab ja auch die ganze Zeit noch weitergegangen. Und ich hab ja auch die ganze Zeit noch weitergegangen. Und ich hab ja auch das Gefühl, dass ich hier noch nicht anstanden bin. So, pass mal auf mit der Mucke zusammen, mit der richtigen Mucke zusammen und dann das das ist einfach so, dass ich mir nach Hause bleibe, so auf zwei Gaben. Musik Er stand da und hat gestampft in seine Stiefeljungen, was dem Wahnsinn zum Beispiel auch ein bisschen erlaubt ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.